Jo, guten Morgen! Da geht es meistens los, die Action, in meiner Garage. Yes man, den ganzen Tag ist Regen angesagt und ich habe auch dieses absolut geile Gewand an. Und natürlich muss man jetzt das Rad nur regenfest machen mit einem Heckspoiler, damit man auch dahinter trocken bleibt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.